hallo hier zusammen und willkommen hier zurück zu einer neuen folge arg und ihr seht schon wir haben hier voll blödsinn vor also beziehungsweise an die und hier und blödsinn vor denn die mario endlich einen quetzel haben mensch lange hat es gedauert und er flattert hier schon seit ewigkeiten rum und wir machen das heute mal so dass an die fliegt und hier schießt ich bin gespannt ich guck's mir mal an von weiten das vor in die hose geht das geht hier nicht in die hose stimmst hero wir kriegen das hin wir sind super team auf jeden fall das objekt und so wieder idealerweise von der anderen seite anschießen von der seite ich glaube so würde ich dich auch treffen dann dann jetzt so also musst du einfach mal ausprobieren am besten von oben nach unten schießen okay du hast getroffen und jetzt ist nämlich die sache der ist nämlich flott der ist flott unterwegs ich versuche immer so ein bisschen versetzt von ihm zu fliegen blockieren mal ein bisschen soweit das geht naja es geht schon ein stück weit so er hat mir schon zwei im kopf sehr schön er muss gucken er hat jetzt keinen treffer bekommen ja weil der kopftreffer der kopftreffer die zählen bisschen die hitbox ist ein bisschen ungünstig immer wenn er wieder rum zuckt vielleicht landet er bei unserer base wahrscheinlich fällt direkt ins schneebiom oh gott jetzt ist aber schnell nach vorne geflogen ja du musst ja auch auf die ausdauer achten also ist schon echt schwer das viel zu kriegen dann stell dir mal einen in einem höheren level vor ja man kann es noch mal so mit dem skorpion machen also wenn du noch aggressiv stellst an geier ranhängst und in die rumpfliegst dann geht das einigermaßen schön drüber gesammelt also bei mir sah es aus wie drüber geschossen ging daneben bei mir ok die haben eine ganz komische hitbox jetzt und ich fliege noch ein bisschen näher ran jetzt so ja ja super ja da siehst du aber diese kleine rauchwolke wenn er voll gas gibt und da hat er sich schon wieder beruhigt oder was umso besser ihr dürft nicht zu nah ran ja ja ich wollte ja schon ich wollte ja schon höher ja das mit dem irgendwo hängen bleiben das hat anja schon raus was soll das schon wieder heißen hängen gerade irgendwie ein bein jetzt habe ich dich wieder getroffen ne 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 du hast ihn getroffen ist in ordnung komische geräusche solche wird eigentlich ganz gut wenn er jetzt irgendwie in die richtung vielleicht nicht unbedingt in eine andere richtung na das wäre schön wenn der mal drauf hören würde na guck mal jetzt dreht er schon wieder um ja war ich sie schon ja ok sehr gut bisschen blut hat er auf dem rücken zehn schuss braucht er wohl ihr müsst dann halt nur schnell landen wenn er landen also wenn er liegen sollte denn die spikes sind bei grumpy drin ja aber ausdauer von grumpy ist auch noch gut ja der hat extra ein bisschen mehr extra für quetzelfangpläne lange kann aber nicht mehr in der luft bleiben denke ich mal auf jeden Fall schon ein paar mal getroffen das problem ist die stelle ist gerade etwas ungünstig hier sind mal viele wolf das gedöns unterwegs oder säbelzahntiger da muss aufklärungsdröhnchen zeigen was es kann ok du hast mich ja getroffen sehr gut ich bin nicht in die richtung nein da sind wölfe der will unbedingt da lang das ist doch nicht wahr der ist lebensmüde oh jetzt ja genau nein wenn er anfängt zu fallen dann muss er halt schnell aufräumieren ja und es regnet natürlich regnet es so jetzt jetzt wäre das cool wenn er abstürzen würde äh spannende Sache die sind aber auch echt schnell unterwegs ey oh ja traut man denen gar nicht zu also ich hab noch 42 Schuss das reicht auf jeden Fall das reicht locker wir können auch wieder neues herstellen Schwarzpulver und sowas ist ja nicht das Problem so jetzt dann ging daneben fast Mario getroffen ja toll falle ich hier noch vom Terranodon heute zähmen wir einen Mario ne ich bin nicht zähmbar sag's dir jetzt so nicht nachzuhöfen dann mit genug Narcotics ne 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 nicht in die richtung nein aus 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 der hört nicht auf dich ja ok er geht ne er geht noch nicht da und ich dachte auch dass er jetzt fällt der ist ja noch so bisschen da kommt wieder aus ne der bellt ja gerade so mehr oder weniger der Luft steppt oh da hab ich gerade einen Blitz gesehen schön na komm machen wir jetzt hier Bauchlandung du hast ihn auf jeden Fall getroffen ja ich hab das genau gesehen Ausdauer von Grumpy ist noch über der Hälfte das ist super das soll doch jedenfalls auch reichen ja und ich fliege ja hier schon mit Speed gut also wenn der Quetzi nicht so schnell unterwegs ist dann brauche ich auch kein Speed dann haben wir ja die gleiche Geschwindigkeit warte mal ein bisschen drüber der hat wieder gezählt ja schade am besten auf den Körper schießen gar nicht so sehr auf den Kopf also du hast ihn bestimmt getroffen ich hab den doch quaken gehört boah ich dachte gerade er haut zu ey ne die greifen zu blöd nicht an das wärs noch irgendwie so zack einmal bäm aus der Kralle geschlagen wieder so ein Hero war nett dich kennengelernt zu haben warte ich hab dich hier wirklich sehr Mario oh schön jetzt ist aber hier ganz schön flott wieder ja und und nein vor allem durch den scheiß Regen und den Nebel siehst du natürlich gar nichts ey keine Ahnung wo wir gerade sind auf jeden Fall jetzt hast du mich getroffen shit ziemlich weit hinterm Schneebiom schon mitten im Wald oh mein das war glaube ich gar nicht so zieht man das Speer ja auch einmal durch die Bäume hier ja das sieht aber gut aus ok äh haut mir die Spike Blockades raus ich gucke ob irgendwas rumhängt ja sieht aber noch sicher aus also hier rennen para rum ich kann da ein paar geschlüsse ich kann da ein paar geschlüsse was gut ist wir haben dahinter ein Felsen also dann ist auch ein bisschen sicher dann baue ich ja mal schnell Verteidigung auf so ja nicht so nah dran wenn der aufsteht dann ist ja Geschichte na warte mal dann da war ja schon fast in den Kopf gesetzt nee ganz so nicht hallo ach wo das täuscht ich guck dir das mal an ja ich baue die anderen ein bisschen weiter weg ist doch ok ich sehe hier nur was krass dank Busch auch hallo dann haue ich auch mal weg hier weh warte mal kurz dann mach ich auch mal ein bisschen großzügiger da sind elf Stück drin ansonsten Rest noch ein bisschen sammeln na warte dann haue ich den nochmal weg so na der Nächste ok was habe ich den gerade getroffen oh hier ist ein Skorpion hier ist irgendwas ganz schnell kill hau 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 Hauptsache der ist hier nicht dann drin ne wo ist denn der so ist natürlich schwierig das jetzt wieder zu finden ne also Narkotics habt ihr hier ne am Start äh Narkotics aber irgendwie äh ich hab welche mit ja boah die elf reichen aber nicht so großzügig wie ich das hier mache ja dann müssen wir halt noch mal ein bisschen was schlagen boah ich seh nix also wenn jetzt mal aufhören würde zu regnen wäre extrem cool weil ich will nämlich gerade mal zurückfliegen und das Kibbel holen aber ich hab keine Ahnung ob ich euch hier wieder finde mitten im Wald ja schwierig ne kannst du ja nicht angucken wie du der Karte stehst naja da reicht ja schon wenn du irgendwie äh weiß ich nicht 50 Meter daneben stehst naja ok stimmt ja so ein Kilometer nach vorne brauchst du nicht bauen ne wollte ich auch nicht deswegen wollte ich auch wieder zurück bauen ich meine ich kann ja immer noch hochfliegen und dann gehen wir uns da oder was für ne Verschwendung da das ist ja großzügig ja aber doch nicht so halbe Fußballfeld hier weißt du ein Quetzi ist riesig so dann fliege ich mal los naja es ist ungefähr weiß ich die Richtung ich hol mal das Kibbel ja hier sieben Stück braucht man Narkotics haben wir am Start sollte jetzt ungefähr naja fast 40 Minuten dauern circa hier ist ja noch hier ist ja noch ein Flügel den seh ich überhaupt gar nicht den hab ich vorher gar nicht gesehen der liegt hier schön dass hier genau die Spikes sind krass das sieht man überhaupt nicht kannst du da vielleicht ein paar Bomben weckhauen Hero oder so ja hier ähm bei mir irgendwie ach der ist das ok das ist krass also ich hab jetzt nicht gesehen dass hier jetzt der Quetzi liegt krass ich hau mal kurz die Spikes den muss ich leider weckhauen kommt alles von dem Riesenbord da hinten ne ah ja wir sind einfach so ein paar Bomben weckhauen damit hier die Schneise etwas größer ist wo man reingucken kann ich bring auch noch ein bisschen Leder und Fiber mit für die Spikes ja da kannst du vielleicht auch noch ein bisschen was genau also einfach noch ein paar boah der ist genau hier da bleibt man richtig hängen die ganze Zeit ich häng irgendwo an dem fest ist ja schlecht ach krass wie man hier jetzt direkt wieder durchgucken kann zwei Bäume weg ey ja ja das geht auf jeden fall richtig gut wenn du da ein bisschen was weg brauchst dann sieht man noch einiges also alles ist noch nicht so sicher aber ein bisschen was geht ja ist ja nicht das Problem ich meine hier steht ja auch noch da rum ja ist ja nicht so dass es irgendwie ganz schutzlos wäre ja ich sammle noch ein bisschen ein bisschen Holz brauchst du mal brauchst du mal essen oder so ich hab noch ich hab auch noch ja was brauchst du noch Holz ja Holz müssen wir auf jeden Fall sammeln ja was man alles für die Spikes braucht ja ich bring mit also ich bring Fiber mit und ich bring Leder mit sonst brauchen wir noch Holz sonst brauchen wir nur noch Holz okay das können wir ja hier schlagen also 200 habe ich schon okay ja dann bleib ich beim Quetzli stehen und verteidige den so grob die Richtung hier hinter aber es ist trotzdem eine ganz gute Stelle wo er gelandet ist also es hätte auf jeden Fall schlimmer sein können ja das stimmt das ist wahr das ist wahr hier rennt auf jeden Fall ein Fiomia rum ein Dilo der ist äh nicht so gern gesehen hier den Dilo der Dilo macht Stress ja der darf ich so also ich bin jetzt irgendwie schon wieder in der Nähe okay tja Leuchtrakete wäre wieder mal geil gewesen ne irgendwo hier drüben glaube ich ach da ist noch einer oh ich kann auch einfach einen Baum fällen wenn du glaubst da zu sein dann riecht das ja glaube ich auf jeden Fall so mal gucken ob hier irgendwas rum rennt ähm es gibt ja nicht so viele Felsen hier also okay hier ist eine Lücke die habe ich zu groß gebaut glaube ich naja mal ein bisschen was in Grumpy reinpacken jo ich setz mal hier so bisschen was weg es ist nicht schwierig zu finden hier oder hier vorne ist ein großer Felsbrocken eigentlich wir sind auch im Fall schon Felsbrocken soll es irgendwo sein wo hier in der Nähe rumturnt blick mal hoch genau ach da hinten alles klar ach hier sind ja gar keine Bäume mehr der ist auch schön ja hast du da gesagt alles weg eben das ist auch der Plan ja ich habe gerade wenigstens überhaupt nach Bäumen gesucht da ist ja so eine Schneiße drin na wenn dann richtig ja es waren drei Bäume also naja die sind echt riesig soll ich nimm mal kurz Zeug raus warte mal ein bisschen Holz und dann baue ich ein paar Spike Blockades jo Spick dann müsste man den nochmal betäuben glaube ich oder? ja ich packe mal Narcotics rein voll hat er noch fast Hälfte achso die sind ja jetzt bei Guampi drin warte mal na das lief doch schon mal ganz gut joa also die Vorbereitung hier auf jeden ja das geht auch relativ zügig die hat ein gutes Level für den Anfang also das ist jetzt nicht überragend hoch aber die brauchen wir auch aktuell nicht denn es geht einfach so ein bisschen um die Bequemlichkeit ich habe einfach mal für dich gehabt ja ja das ist schon in Ordnung du darfst dich auch bei Arnie angesprochen fühlen ich bin da nicht so ja so direkt mal ein schönes Bildchen machen hier ja mach mal von dem kleinen ja das schöne ist bei dem Level das dauert ja nicht mal 40 Minuten also das ist eigentlich ganz cool das ist ein Kackehaufen ist das hier Guampi Mensch achso Guampi hat ein Häufchen gemacht das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus jetzt hier achso ja ja hat der Server gerade gespeichert oder was oh was denn was denn was ist hier los ich habe eine Sichel gehauen ich war das dann ach schuldigung aber das lustige stand oben auf dem Stein ja siehste mal wie weit die sichel hier reicht warte mal kurz mal hier so ein Dings bauen komm mal durch ja komm mal durch super und übrigens falls es noch nicht aufgefallen ist Mario trägt mein Oberteil Mario trägt heute mal ein gefärbtes Oberteil das musst du mal zeigen ja obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte aber es sieht deutlich besser aus als das was du sonst trägst das sieht mal wirklich aus weil ich hab extra ich hab extra ein Lederoberteil angezogen weil ich dachte ja wenn ich jetzt wieder Annis Oberteil klaue dann ist sie wieder traurig weil sie wieder irgendwas Neues bauen muss und anmalen muss und überhaupt da bin ich dann nicht traurig wenn du sagst du kriegst das rumgehäute das das könnt ihr euch gar nicht vorstellen wie das immer hier ist es sieht auf jeden Fall sexy aus siehste lass dir das mal sagen wenn Hiro das schon sagt dass das sexy aussieht ja Hiro die Dodo sind deine ja Finger weg Hallo Hiro hat nur gesagt du bist eine sexy Bitch also von daher ja Mario die sexy Bitch hier ich lass den Vogel auch mal hier oben stehen ach so ja aber sieht doch gut aus hier noch schöne Tür am besten hier reinbauen bei den Zweiten also der Eingang ist halt jetzt so gebaut dass er jetzt nicht einfach irgendwas direkt durchrennt du musst schon einen Haken schlagen und das machen die Tiere ja meistens nicht ja die bleiben dann immer irgendwo hängen schade dass der nicht hier auf dem Felsen gelandet ist mhm das wär auch cool einmal drüber gelegt du warst ja immer wieder betäubt hier ja ich stopf da immer mal wieder was rein ja ne quetzi hallo unser erster quetzi Mensch läuft doch und es wird nicht der letzte bleiben wir brauchen auf jeden Fall noch Weibchen mindestens eins eher zwei ja oder drei der Quetzal-Kibbel kann man immer gebrauchen oh ja und eigentlich kann man mal ordentlich was transportieren ähm passt auf wo ihr rumsichelt hier ich sichle nicht rum ich äh sammle hier mit der Hand ja also das Problem ist halt Plattform wird da ein Stück dauern ich weiß gar nicht die ist Level 85 85 oder sowas guck mal ganz kurz ähm Quetzal 80 ist die Plattform ui welches Level hast du jetzt? äh 72 also das würde noch ewig dauern Hiroh wie weit bist du? welches Level? ähm 62 naja ok ich bin jetzt bei der 66 einfach mal Narkotiks herstellen das hilft ja das Problem ist so viel man wieder herstellen muss also ich meine das geht natürlich Gammelfleisch ist nicht das Problem und Bären also Meschaberries äh Quatsch Narkobärries haben wir auch ohne Ende aber es sind halt auch nur 2 XP glaube ich ja pro Dings musst du schon ein paar herstellen ein paar tausend na gut ist jetzt aber nicht so dass es nicht verbraucht wird das Zeug gerade wenn die Narkotarts herstellt oder sowas oder halt wenn man da irgendwelche Tiere zähmt die brauchen ja schon ein bisschen ja und Zeug dafür haben wir ja auch genug also kann man dann ja ruhig machen so dann einmal hier hoch oh man sieht ja nichts durch die komischen Büsche ja aber ich freue mich dass wir jetzt einen haben das ist echt cool ich bin da gar nicht 72 ich bin 71 ja siehste mal ne falsche Tatsachen hier oh man ich muss mal aufholen das wird ne Styro ich glaube auch ja aber ich glaube der liegt hier wirklich sicher ja das sollte auf jeden Fall ganz gut sein hast du jetzt Kibbel eigentlich schon irgendwo ja ich hab's in der Tasche noch mhm also halt die Frage ob wir jetzt einfach das ein bisschen runter ticken lassen seinen Hunger und dann alles reinpacken ein bisschen ein bisschen ja der Mario hat mich runter geschubst was ich? ich bin ja nur gelandet ja jetzt äh hätte ich das auch gesagt das sieht man in der Aufnahme ja ja ausreden ja ein bisschen blutig ist er noch hier an einigen Stellen ja das ist das wird sich nicht vermeiden lassen ich find's aber lustig wenn man den füttert und dann guckt der mal nach oben dann guckt er einen mal an voll verplant am hochkommen irgendwie bist du mein Betreuer? nein man kann ja nicht drauf springen man rutscht dann über den Schnabel nach unten ja das ist eine Rutsche von Ferrucci so ähm neuer so produktives hier werden wir warten bisschen rumfliegen ich kann ja nochmal kurz nach dem links gucken nach dem Agentar das vorhin hatte ich einen gesehen irgendwie absetzte Aufnahme in 104er ein Weibchen hätte ich gern gehabt allerdings hatte der sich unbedingt mit dem Säbelzahntiger anlegen wollen der wir 116 naja Ende vom Lied war es gab Geflügel es gab Geflügel ach schön das gute Geflügel das gute Geflügel nichts gegen Geflügel äh Juro ja komm mal her Moment ich hab eh noch was vorgehabt eh hier wird nicht rumgeballert beim Quetzal hier nehm mal das Kibbel ich flieg mal los ich würde sie gern angegeben aber irgendwie ja was denn ich ess das schon nicht auf ja sagst du nein ich ess das nicht auf ja sagst du ach ey wie schön so ein Gewehr ist schon was cooles ja ne und dann damit sich die Gegend heizen ich hab jetzt sieben Kibbel ja die sollten auch reichen also angezeigt wurden vorhin es müssen sieben sein und ich sag mal so selbst wenn es warum auch immer nicht reichen sollte dann bräuchten wir nur noch Prime Meat und dann ist das Ding auch durch ja wenn wir merken dass es nicht reicht ist es wahrscheinlich schon zu spät dann tickt es wieder runter na wie weit wollen wir den runterhungern lassen? hm mal kurz gucken was hat er jetzt für Hunger jetzt kam er 200 verloren oder so ähm ähm ja 1200 oder so ja 1200 ist gut dann sollte das passen ich guck mal kurz ganz kurz ob Jürgen das in der Nähe ist irgendwas spannendes irgendwas zum einsammeln oder hast du nicht gesehen ja solange darf er sich hier von Narkotiks ernähren oder so ein blauer Airdrop ich darf ja auch nicht sterben nee bitte nicht sterben nee nee sterben ist nicht wenn das Kibbel weg ist Jero dann kannst du erstmal ne dann hast du dann hast du nicht nur eine Woche Latrinen Dienst dann hast du den ganzen Monat Latrinen Dienst hat er noch nie Latrinen Dienst er wird Zeit ich will ja auch raufklettern nee er wird nicht auf dem Kötzer rumgeklettert doch das kriegt er da eh nicht mit natürlich kriegt er das mit kriegt er eh nicht mit das kriegt er nicht mit weil der narkotisiert ist ein Eis hat er nicht mitkriegt ja dann hat er halt Pech gehabt und ist halt gelähmt und kann sich nicht wehren dafür ist er da eben das ist hier unser Spielplatz ja und dann wunderst du dich dass er dich nicht rettet wenn du mal wieder ohne Fallschirm vom Kötzer springst oder was ja ja nur nee der nimmt einem das nicht übel der spielt doch gerne mhm ja also jetzt würde er gerne mitspielen aber ja geht halt nicht könnte ich ja mal irgendwie einen Terrorbürde in den Käfig werfen oder so oh Gott ich häng fest ach das ist ein oh mein Gott das ist ein Bronto der sah gerade echt merkwürdig aus der gute Bronto die Bronto Keule die gute Bronto Keule ja weil hier bleibt man wirklich immer hängen am Quetzen ich hänge wie im Flügel fest gerade das ist schön musst du mal gucken dass er da rausrutscht ich hänge im anderen Flügel fest das ist auch schön ich dachte echt schon ich bin Level 72 oh Gott das dauert ja immer ne ewig ey ich komm hier auch irgendwann wieder raus das dauert 100 Jahre hier wir müssen irgendwas mal zusehen dass wir hier irgendwie ja hier diese komischen Tränke rankriegen diese XP Tränke ja oh da ist ja noch ein Quetzalmensch wo kommt der denn her echt? der Level Level für den nächsten Kampf Weibchen Level 8 Level 8 schön ich hab noch vorher gesagt das ist ein bisschen ärgerlich dass es ein Männchen ist weil ein Weibchen wäre besser für die Eier aber dafür haben wir nicht genug Kibbel glaube ich na für beide nicht also das Weibchen bräuchte 6 Stück und dann auch ne halbe Stunde boah ich hänge hier jetzt auch an diesem Scheißflügel ah jetzt Mann immer bleibt wenn wir irgendwo hängen ja die ist direkt an der Bucht hier in Richtung Süden noch können wir umswitchen ja eben noch können wir switchen die holen ne 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 die wird nächstes geswischt wenn dann beide ja wenn dann beide aber nicht entweder oder wir könnten natürlich mal fragen ob wir uns bei irgendwem noch Reckskibbel pumpen können und dann macht man das parallel na gut ein bisschen Prime Meat oder so wäre jetzt auch nicht das Problem ja du aber das dauert ja wieder deutlich länger ne also hm 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 switchen würde ich auch nicht ne im Prinzip schon einmal alles vorbereitet dort wär ja auch ganz geil ach komm dann machen wir den einen die finden wir auch wieder ja das wird nicht das letzte Weibchen sein ich würd schon mal hier rumfliegen denk ich mal ich hätt gern wieder so ne Destiny so ein so ein Rot mit genau dem gleichen Krampf um sie zu bekommen ne ja bitte also die ist mir sehr ans Herz gewachsen dadurch dir nicht doch doch ich fand das ultra aufregend damals in der Folge das war aufregend vor allen Dingen war es nachts als wir das aufgenommen haben ja ich habe mich todesmutig habe ich mich in Felix in den Weg geworfen damit er ablässt von Destiny war auf jeden Fall sehr spannend ja das das kriegen wir wieder hin das kriegen wir wieder hin machen wir da irgendwie zu dritt irgendwie Action pur beim Quetzeltaming sonst gibt es ja echt gar nix ne irgendwie ne ne es kann halt irgendwie Todose hier dachte ich könnte ich mal irgendwas anderes abknallen einfach grundlos aber ja ja Grundlos abknallen ja ich habe ja nicht mal irgendwie was zum sammeln mit hier vernünftige Spitzhack oder sowas wo ich ein bisschen Metall sammeln gehen könnte nix gar nix davon reichlich nur die Axt aber ich kann auch nix sammeln weil Grumpy nicht da ist ja boah das ein Para juhu den kannst du abknallen Hiro auf Großwilch ja hier ist aber auch nix zum einsammeln muss ich sagen irgendwie kein Airdrop kein gar nix ne auch keine Viecher die wir irgendwie noch brauchen können jedenfalls nix was Grumpy tragen könnte ein Dodo Alter Hiro ich wusste nicht dass der den Fall nicht aushält direkt tot der kleine Dodo Level 12 ist gestorben ich hoffe dein Herz blutet jetzt richtig nein das sah lustig aus der benutzt den auch wenn er tot ist Hiro ist eigentlich so so was haben wir denn hier Level 16 ne Level doch 66 foot müssen noch runter ticken bisschen 20 was 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 ne ich hab grad mal geguckt was auf einem Terranodon ist wir brauchen ja auch noch ein Terranodon Weibchen denn die beiden Quetzelbabys waren ja Jungs die geschlepft sind Terranodons mein ich doch Terranodon Babys Spontan ja auch noch Quetzelbabys aufgetaucht na hallo aber sowas von Problem ist wenn ich den Para jetzt zähme ja wie kriegen wir den ne na gut also den könnte er mal mit Grumpy tragen ja was wäre denn ein Para ich weiß auch nicht was sinnvolles fangen Galimimus oder so Galimimus wäre geil ich weiß gar nicht kann man die kann man die eigentlich tragen mit dem Quetzel äh mit dem Dingschen mit dem Agentaris ich guck mal wenn ich einen sehe probier ich es mal ja ja hier ist wirklich nichts groß ey aber ich glaube ich hab das schon mal probiert und irgendwie ich glaub das ging nicht der war zu groß ja ich glaub auch ist ja wirklich so ein Riesentier ja so groß sind die gar nicht aber ich find die schon recht groß ich glaub das ging nicht mit dem Agentaris naja ich guck mal hm so wo muss ich hin? hier muss ich hin da ist Hiro ich hab mich grad leicht erschrocken weil der Para von etwas weiter weg ziemlich aussieht wie ein Sarko ohne Scherz jetzt wenn du da mal weiter weg gehst irgendwie mal zu mir kommst irgendwie ein Kamm da hinten drauf ja und wenn man dann irgendwie wirklich von hier so ein bisschen näher geht ich dachte so hä warum steht der Hiro hast du nicht gesagt Para? warum ist hier ein Sarko? ich hab dir mal schnell einen Sarko dahin gelockt ja ja interessant die kommen immer schneller ja schon über Bären ne so Quetsi was machst du? ach Grumpy was macht denn Grumpy? der fliegt mir in die Spitzhacke der fliegt ja in die Spitzhacke alles seine Spitzhacke mhm immer sind die anderen schon ne du hast doch das Problem vorhin auch gehabt mit Hades der ist ja auch ständig auf die Spitzhacke getreten wir bauen das ganze mal ab hier ein bisschen Stein und ein bisschen Metall rauskloppen können wir mal gebrauchen ich genieße die Zeit beim Quetsi das ist schön ich würde ja auch gerne aber es ist einfach irgendwie nicht produktiv genug naja ist ja okay wir haben hier Spaß ja denn du wandert in welche Richtung wandert denn du wandert in welche Richtung wandert denn du wandert in welche Richtung wandert gibt's hier irgendwie wasser in der Nähe? ist da ein paar Bären ich kann dir welche geben wenn du willst ja dann musst du nochmal vorbeikommen